Hallo Leute, herzlich willkommen auf Ninger StandoGaming und heute spielen wir auch wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Asphalt Legends. In den letzten Videos habe ich glaube ich immer Asphalt Legends gesagt, werden mich nicht alles täuscht, ich hoffe ich habe es nicht gesagt. Es heißt aber Asphalt Legends, ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist. Ihr seht ja schon, ich habe ein neues Auto, denn mir ist das zufällig aufgefallen, ich habe hier mal ein bisschen durchgeguckt, was es denn so für Autos gibt und dann ist mir aufgefallen, ich kann dieses Auto anscheinend fahren. Wenn ich jetzt hier aufs Spiel drücke, ja es funktioniert und das ist auf jeden Fall ein sehr schnelles Auto. Ich soll auch irgendwie das Rennen gewinnen und Stunts irgendwie drei machen. So, das sind so die Dinge, die ich machen soll und wir gucken mal, was wir es hinkriegen. Heute kommt übrigens auch nur eine Folge. Ähm, ja. So. So. Ich mach mal hier nochmal Tricks, weil ich soll hier irgendwie drei Stunts machen. Ich weiß es gerade nicht, wie es geht. Ich weiß echt nicht, wie es geht. Ich habe jetzt irgendwie, achso, ich habe irgendwie jetzt einen von drei Stunts machen. Hm. Okay. Inseltunnel. Ja, 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 also das ist auf jeden Fall ein geiles Auto, was ich brauche. Okay, ich habe zwei von drei, also ich habe es ja nicht gut gemacht. Ah, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon fertig bin. Lass mal hier eine Sprite öffnen. Bisschen Sprit. In der Schule nenne ich es immer Sprit. So. So, Stufe zwei, was? Entfordern, so. Ach, gibt es jetzt hier auch so einen komischen Pass oder was? Naja, nice. Ziesenmarken. Okay. Brauche ich nicht. Hm. Okay. Lampen des Schnees. Gejagt. Flüchte, Schockwellen, zwei, Nito, Flaschen, drei. Hat sie einen Schockwellen? Ich habe keine Ahnung. Okay, also das hier ist der Maserati, genau. Na ja, fahren wir mal weiter mit dem hier. Und drücken auf Weiter. Flüchte. Entkommen. Okay, Schockwellen, zwei. Ich weiß nicht ganz, was Schockwellen sind. Ich glaube, das sind diese Wellen, wo du so ganz schnell dann wirst auf einmal. Ja. So will ich das jetzt betiteln. Auf jeden Fall sind es drei Ziele, die wir jetzt hier haben. Okay, da soll ich so eine Komponente. Boah, das nervig. Oh, okay. 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 Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich mach ja jedes... die Zeitautos ab. Ja, das ist schlecht gerade gewesen. Ich hab alles geschafft. Let's go. Destroy 600 Ways of Cuts. Oha. Geil. Ne, ich will mir keine Werbung anschauen. Werbung? Ne, ist nicht so. Ja. Ja, zieh ich denn dir das? Hast du Spaß dabei? Eine Stufe 3. Okay, einfordern. 35 Blaupausen bräuchte ich von den Dingern oder was? Ne, ich komme keine Stufe. Yeah. Bam. Einfordern. So. Gratis-Paket. Oh. Auch nochmal aus. Okay, jetzt haben wir nichts mehr, ne? Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Wollt ihr nicht wundern. Ich bin ein bisschen ruhig jetzt. So, wir müssen... Äh, vier machen, genau. Gewinner das Rennen steht einfach vor. Okay, das sollten wir doch hinkriegen. Wir sollten das doch hinkriegen. Gewinnen das Rennen, okay. 90 Grad, soll das glaube ich heißen. Okay, wir sind in irgendeiner City. Okay. Oh, das ist gut. Okay. Oh, dieses Auto, ne? Das glänzt über. Oh. 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 Ich bin sicher. Okay, okay, okay. Okay, okay. Gut, wir sind jetzt gerade auf Platz 2. Nein, ne? ja 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 und da ist das ziel ich glaube wir haben es auch jetzt haben rein da haben es erfolgreich gespare haben wir wieder immer das rein ja machen wir auch noch mal was mit dem alten maserati natürlich spielen let's go wie das rennen also jetzt sind sogar nur noch 60 grad hier sieht man auf jeden fall schon ob die beschleunigung die haben mich jetzt überholt das ist genau dieselbe strecke glaube ich und da ist das ziel und wir haben es geschafft warm werden das rennen erfolgreich für uns entfrieden so rufpunkte 6 keine ahnung was das bedeutet aber wir sind muss ich das schaffen oder was acht von diesen dinger benötigt gut das mache ich hier dann wohl oft screen heute wenn euch das video gefallen hat lasst gerne leiten aber unten kommentare schaut aus dem auch mein disco selber vorbei ist und in der videoschrift verlinkt aktiviert die glocke damit die keine mehr verpasst ich würde es freuen wenn ihr auch meinen discord server joint grüße gehen an groß heraus der mein discord server geboostet hat falls ihr auch gegrüßt werden wollt im video dann boostet den discord server haut rein und euer sando tschau 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 bis zum nächsten mal Vielen Dank.